In allen drei jetzt eine Legendary drin ist. Am meisten bricht ihr den Friedhof. Ja. Easy. Wir öffnen jetzt drei Super Magical Chests, gewonnen im Duell gegen Big Spin und Max. Ich hoffe, dass in allen drei jetzt eine Legendary drin ist. Am meisten bricht ihr den Friedhof. Und, ähm, das wäre das Allerwichtigste. Ich habe, das ist auch eine Legendary. Nice. So, Max, ich brauche den Friedhof. Dann hätte ich ihn auch maxed. Dann hätte ich ihn maxed. Ja, dann zeig mal, du. Dann zeig mal. Ja. Dann ist nicht der Friedhof, sondern der Inferno Dragon. Bruch ich gar nicht. Übel unnützige Hörter. Aber ein Sparky wäre es eigentlich auch nicht so schlecht. Ja. Aber aus der sollte bitte auch eine Legendary rauskommen. Jetzt müssen alle Epischen kommen. Nice. Boah, Giant Skeleton. Jetzt nochmal bitte. Der Friedhof, bitte. Scheiße, Alter, der Lava-Hund. Wieso habe ich nie so viel Glück wie du? Du sagst, ich brauche den E-Wizard. Er ist instant da. Ja. So, die letzte. Aber allerdings aus allen drei eine Legendary wäre wichtig. Aber, boah, der sieht es gerade so schlecht aus. Mein Gott, jetzt müssen alle Common Cards kommen. Jetzt noch alle Epischen. Nice. Okay. Letzte Chance, den Friedhof auf fünf zu bekommen. Auf geht's. Max, bitte. Oh, Princess. RIP. Stark. Aber dreimal Legendary immerhin. Dreimal Legendary muss ich dir lassen. Und ich muss auch sagen, du hast für die Dinger kein Geld ausgegeben. Die hast du im Duell gewonnen. Ja. Oh mein Gott. Ich hab so Bock. Ich bin so am genießen. Aber hoffentlich lag das Game jetzt nicht. Bumpturm oder Grabstein. Ich hab Rakete, Inferneturm, Henker. Ich nehm den Grabstein. Spawner. Das Giveaway. Wurden schon die fünf Sieger angeschrieben. Aber einer hat es noch nicht gemeldet. Und wenn es so weiter geht, dann kann es sein, dass eventuell ein anderer noch 5.000 Gems bekommt. Wenn er sich bis heute Abend nicht gemeldet hat. Shit, ich brauch auch noch das Gewinnspiel machen. Ich brauch noch das Gewinnspiel machen. Nice. 25.000 Gems könnt ihr gewinnen. Ja, aber der Meister geht halt Android nicht. Oh, die Sperrkobolte sind jetzt neu gemacht worden. Deswegen kennt sich die gleich. Oh. Die sind bestimmt sau-op. Bin gespannt gegen... Oh, ich wollt grad sagen, ich bin gespannt gegen was für Gegner wir spielen. Aber wir spielen richtig entspannt gegen Noobs. Zumindest wie der erste Move da aussah. Oh, der Poison ist auch nice. Der Poison Spell. Gibt's da noch ein schönes Backup. Oh, ein Single Target Damage. Oh, das sieht nach einem fantastisch leersten Zug aus. Hast du noch was links? Oh, was links hinten... Ah, links musst du mit Skami aufhalten. Ja. Easy. Wenn wir jetzt einen Zett haben, haben wir verloren. Nee, ich hab noch ein paar Bahnen gleich. Ah, locker. Locker. Ja, der ist easy. Gar kein Problem. Weiß nicht. Wir kommen halt schon aus dem Turnier. Wir kommen halt schon, ne? Wir haben halt schon ein Touchdown Event gezockt. Guck, mein Eis ist oben links noch. Lol. Wir haben so viele Übungen wie kein anderer. Lächerlich. Was hab ich gesagt? Hawk? Oh, ich hab verkackt. Lol, Schweinreiter ist drin! Echt? Die war doch gebannt, weil die zu stark war. Lol. Ich hab ihn auch noch. Ach du Scheiße. Wie lächerlich. Oh mein Gott, guck dir an wie OP der ist. Guck mal, der ist ja... Lol. Hä? Was haben die den jetzt doch reingenommen? Ich weiß, ich verstehe das auch nicht. Guck mal, links die Sperrkobolte. Die... Guck mal, die sind durchgeschlecht! Die sind so schlecht! Krimsko und Linn. Sauber, die checken wirs gar nicht. Ihr seid ja... Oh, wir müssen das ausnutzen. Das Spiel ist... Ich verstehe mal, nicht warum der Schweinereiter zu genossen ist. Oh, dem Golem? Hast du links was? Das ist mit Abstand die stärkste Karte. Na, ich sitz mal lieber Barning, split die mal ein bisschen. Jetzt ist aber auch die Frage... Oh, fuck. Der Golem. Jetzt ist auch noch die Frage, warum ist der... Vielleicht ist das aus Versehen passiert, dass der aktiviert wurde? Ich weiß es nicht. Der Schweinereiter. Äh, wenn ihr... Wenn ihr dann nicht eine Email bekommen habt, dann habt ihr nicht gewonnen beim Giveaway. Also ich hab alle mit einer Email angeschrieben. Der Einziger, der nicht gemeldet hat, ist so ein Student mit einer Uni-E-Mail. Wir kriegen ihn auf den Sack, mach was. Bin schon am Start. Oh, der Eiskolom ist geil, mit der Prinzessin, heilige Scheiße, sauber. Aber... Hast du noch was? Brauchen wir noch nichts, oder? Doch. Auge, Auge, Junge. Dann wird die da rumgeschleudert. Guck dir jetzt mal an hier. Sperrkobolder. Junge, der Schweinereiter, warum ist der nicht gebannt? Lächerlich. Schöner Feuerball, der ist durch. Oh mein Gott, halt die Fresse. Halt doch mal deine Fresse. Scheiße. Ich hab übel Bock. Ich hatte lange nicht mehr so viel Bock auf Zocken. Krass, Alter. Guck dir das an, da oben. Ich dachte, es gibt keinen Schweinereiter, es sollte auch keinen geben. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler, dass der am Start ist. Also wenn Android und es gilt, die werden es wahrscheinlich beheben, aber es wird wahrscheinlich dauern, Leute. Ich hab den dicken. Aber die Gegner haben Lava und Ballon, aber ich hab den Golem. Ja, ich hab Riese noch. Lava und Ballon ist natürlich nicht so nice. Ich hab nichts gegen Luft, glaube ich. Also wenn ihr Android habt, dann müsst ihr euch wahrscheinlich gedulden. Dann müsst ihr euch wahrscheinlich gedulden, sagst du. Eventuell. So. Hast du was? Oh, das wird schwer. Komm schon, das müssen sie aufhalten. Ich hab Poison. Nice. Das ist gut. Ich mach hier noch einen Dark Prince als Tank vor. Ich weiß, bis du den Golem einfach hast. Na, Dark Prince ist hier gar nicht so kacke links. Das müssen wir jetzt mal aufhalten. Ja, ich hab jetzt hier rechts und ich weiß, bis du den Golem hast, wie gesagt. Mhm. Oh, das sieht sehr gut aus. Ja, mach die nächste Runde den Golem. Passt perfekt. Ja. Perfekt. Easy. Richtig geil verteidigt. Tank davor. Alles easy. So wird's gemacht. Android geht ja gut. Jetzt haben alle Android geht. Okay, das ist natürlich nice. Golem habe ich jetzt auf der Starterhand. Jo, geh rein. Ich mach dann hier den gespiegelten Henker erstmal. Ach, du kannst den doch aus der vorigen. Okay, interessant. Ne, ich hatte den Spiegel. Ja, aber den hast du ja aus der vorigen Runde dann gespielt. Ja, ja. Dass er den nimmt. Könnte ja auch sein, dass der neutral ist und nicht geht. Oh, aber der Henker ist Solo. Na, kriegt er hin. Mach ich mal das da hin. Hast du links was? Die Guards? Ja, war ein bisschen okay. Ja, die frage ich. Die kommen viel zu spät. Wtf. Aber Riese halt und Giant. Schon mal Poisen. Ja. Easy. Sauber. So müssen wir weitermachen. Dann haben wir hier ganz, ganz schnell die Epic Chest fertig. Es geht ja. Ja, die meisten sagen, dass es geht. Ich bring mal eine... Oh, okay. Ich habe dagegen nichts. Sowas. Ist ganz geil vielleicht. Ich habe diesmal nichts gegen Luft. Ich habe Double Prints. Ist ja auch interessant. Alter, das ist natürlich okay, wenn du es einfach spiegelst. Jetzt bringe ich hier noch einen Golem vor. Damit, falls da was kommt, dass es keine Probleme gibt. Die Bombe ist jetzt natürlich in beiden Viechern drin. Den Slower noch mal runter. Aber der fliegt eh auf dem Grabstein. Hätte ich gar nicht einsetzen müssen. Musketiere am Start. Ich habe Double Prints. Die Combo wäre eigentlich super tödlich. Hast du... Ich habe nichts. Hast du was, Pfeile? Jetzt ist es. Alter OP. Einfach nur OP. Da kommen wir jetzt noch nirgends. Vielleicht Barbaren. Ja. Da haue ich direkt den Darkprinzen rein. Boah, guck mal die Skelette. Der Miner, wie schlecht. Die Skelette. Wo kam die denn her? Ich habe die nicht eingesetzt. Sie kam aus dem Grabstein. Lol, die Skelette. Einfach die beschützten sich. Die Skelette. Warum sich die so OP in den Maul? Die haben einfach beschützt die ganze Zeit. Ach, das war's schon. Ja. Three Crown. Im Touchdown. Nicht geht wissen wir nicht, Herr Prolem. Oh, dann nehme ich einen Prinzen. Prinzessin. Ah, der Eismarge ist echt immer gut in der Tiefe. Das ist ja lieber der Eismarge. Vielleicht besser. Musketier. Über die Bogenschützen. Tesla oder Bombenturm? Hm. Bombenturm finde ich insgesamt stärker. Hier schreibe ich mal, der Schweinereiter Freeze ist okay as fuck. Ja, man kann ihn halt einfach überhaupt null Komma gar nicht aufhalten. Ja, frage ich mich auch, wenn man ihn aufhalten will. Ganz grässlich. Ich habe einen Rambo. Ja, vielleicht geht es für manche am Android nicht und für manche geht es schon. Ich weiß es nicht. Hast du was? Golem nur. Mach mal. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich habe hier sowas und sowas. Ich hätte hätte ich ein bisschen besser placen können. Hast recht. Nicht. Ja, Notfallfeile. Notfallfeile. Gleich hätte er ja auch den Exemplar schon mit gehabt. Notfallfeile. Immer noch ein Baby, den finde ich ganz nice. Holz kommt, das bringt gar nichts. Ich unterstütze das mit dem Baby-Jagan. Eismarge gegen die Bogenschützen. Der Exekcution. Der Exekcution. Der Exekcution. Perfekt. Grafstein. Wunderbarer Backdoor. Ja, der ist auch aufgehalten. Jetzt muss er die Mini-Golems. Zwei Mini-Golems. Baby-Jagan Exekcution. Schaffen sie nicht. Schaffen sie nicht. Ja, Golem OP. Golem OP. Richtig gespielt OP. Sauber. Was ist da noch explodiert? Insta-Ramburg, weil ich einen auf der Hand habe. Da kann man den Miner anschieben. Geht das? Zicke-Taktik auf jeden Fall. Sepp. Boah, der ist noch ein E-Wuser. Shit hast du einen Zauber? Den großen? Ne. Dann verteidigen wir das so. Oh, links. Ich habe einen Prinzen für links. Verteidigen du rechts. Okay. So, noch was? Oh, mein Gott. Die Valkyrie ist ja perfekt. Ah, starker Knockback. Aber es gesloten. Valkyrie noch eine Drehung. Schafft sie nicht. Nicht unterstützt mit Pfeilen. Das ist die Pfeile. Schafft der Prinz? Ne. Schafft er das? Das würde er glaube ich nicht schaffen. Dann lieber noch ein Grabstein. Ist ja gar nicht so schlecht. Wenn wir die Skelette noch in der Offensive verwenden. Sie fährt er rüber? Ja, nice. Ich unterstütze das mit dem Baby-Jagan, weil dann ist es halt geil. Oh, oh. Hast du was rechts? Boah, perfekt. Alter, wir sind halt schon, ne? Ja. Das klappt gut. Jetzt habe ich aber nichts. Oh, das ist gut. Jetzt entlebt der Prinz oder noch Baby-Jagan. Oh fuck, ganz links. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Ich habe drei Skelette schaffen das doch, oder? Ja. Drei Skelette? Ja, guck mal, Skelette OP. Alter, Double Dragon ist ja auch der Shit irgendwie. Oh, Elektrobar geht natürlich sehr stark. Ich kann gleich mit dem Golem aufhalten einfach. Oh, links ist das. Der Skelette? Oh ne. Mach Golem, mach Golem, Golem, Golem. Nice. Was? Was noch links? Hier bringe ich Prinz und Eismagier. Nice. Hier haben wir eine Hexe hin. Nur die Nachthexe erwischen. Zack. Noch ein Hit. Wunderbar. Der rennt los. Oh, ich spüre OP-Pfeile. Ich spüre richtige OP-Pfeile. Mit Prinzessin und Skeleton Army. Da gehe ich jetzt hier ganz nach links mit dem Miner außen. Da sind sie. Schöne Pfeile. Und der Miner außen ist auch ja nice. Das ist ganz sicher. Das ist zu OP. Das ist zu viel Strategie. Da kommen die Gegner. Weißt du, die spielen das zum allerersten Mal und die denken sich dann, what the fuck, was sind das für Tryhards. Wir lassen den Ding gar keine Chance. Ja, 20 Sekunden haben sie noch. Könnte schwierig werden mit zwei Punkten. Ein fucking Bomben-Turm. Nochmal aus-slowen das Ganze. Ganz, ganz sicher. Wunderbar. Ja gut, bei den meisten geht es ja, dann könnt ihr es ja auch zocken.